Hallo zusammen aus Dinkelsbühl. Hier darf ich euch ganz herzlich grüßen. Ein kleines Video von Mika Caravan. Ihr seht hier eine Toilette. Also jetzt geht es hier nicht um Solbio, was für diese Toilette natürlich ein super Mittel ist. Also sprich ein super WC-Zusatz, macht das gleiche wie Chemie und funktioniert wirklich tadellos. Aber darum geht es gar nicht, sondern es geht um die Toilette. Eine Toilette, Tedford oder Dometic, eine Kassettentoilette. Kennt jeder? Wir haben hier unten eine Kassette drin, die dementsprechend zu befüllen ist mit etwas Solbio. Manche haben auch gar nichts, also weil sie eine Sog haben, dann haben sie gar nichts rein. Manche schwören auf Chemie. Jeder hat so sein Favorit. Dann tut man hier einfach den Hebel rein, raus und macht sein Geschäft und Klopapier rein und alles ist gut. Und spült nach mit ein bisschen Wasser und dann war es das. Man hat ungefähr, ich weiß jetzt gar nicht auswendig, ich habe mir jetzt da nicht groß vorbereitet, zwischen 12 und 15 Liter Kassette, 20, keine Ahnung, können wir gleich mal nachschauen, zur Verfügung. Und wenn das voll ist, in der Regel bei zwei Personen, alle zwei Tage muss man dann die Kassette entleeren. Jetzt geht es ja immer mehr Richtung Autarkie. Wir bauen ja unsere Fahrzeuge immer mehr aus, in die Autarkie gehend, Strom, Solar und so weiter. Seit neuestem natürlich auch mit Wasser, wo man eine gewisse Autarkie erzeugen kann. Heute aber unser Thema Toilette. Hier haben wir die Cinderella Verbrennungstoilette, auch ein Riesenthema zu einem Schritt in die Autarkie. Warum? Weil sie vom Handling her natürlich relativ einfach ist. Ich habe hier keine Biologie, also sprich keine Biologie zum Einfüllen, ich habe keine Chemie zum Einfüllen, ich habe kein Wasser, wo ich verbrauche, sondern es findet hier rein ein Verbrennungsprozess statt. Das heißt, diese Toilette hat hier einen ganz normalen Einsatz, ein Filtertütchen. Warum nimmt man das? Also nicht nur, damit alles schön sauber bleibt, sondern auch, damit natürlich alles nach unten mitgeht. Und ich möchte es jetzt nicht weiter ausmalen, aber von den Feststoffen könnte natürlich hier immer mal was hängen bleiben. Das macht man natürlich nicht, so mit einem Tütchen rein. Dann macht man das Ganze zu und drückt hier auf den Spülenknopf. Das Ganze fällt nach unten und der Verbrennungsvorgang startet. Der Verbrennungsvorgang startet, das heißt, dass dementsprechend sofort verbrannt wird. Aber, so wie ich diese Brille wieder hebe, der Verbrennungsvorgang natürlich sofort gestoppt wird. Und hingegen, vieler Meinungen, kann man auch direkt, nachdem einer war, auch direkt gleich wieder gehen. Also man kann da zwei, drei, vier Mal hintereinander auf die Toilette gehen, überhaupt kein Problem. Was auch sehr schön ist bei dieser Toilette, ist die Tatsache, jetzt stelle ich das mal kurz hierher, kleinen Moment. Die Tatsache, dass man hier 14 Tage überhaupt gar nichts tun muss. Weil ihr wisst, beziehungsweise jeder kennt den Schwedenofen, verbrennt man Holz. Hier verbrennt man halt Kot und unseren Urin. Der Urin verdampft und bleibt natürlich rückstandsfrei und unser Kot mit Toilettenpapier verbrennt. Und der wird letztlich hier in dieser Wanne aufgefangen. Und ihr seht schon, wie groß die Wanne ist. Also wenn ich da mal Hand rein tue, also das Ding ist schon riesengroß. Und da kann man die Toilette in der Regel 14 Tage verwenden, ohne dass man entleeren muss. Nach circa 14 Tagen kann man das rausnehmen und schüttet es in den Wald, weil es ist nur Asche. Oder eben in einen Mülleimer, Mülltonne, Mülltüte, wie jeder möchte. Es ist letztendlich nur Dünger. Ansonsten bleibt da nichts übrig. Wie funktioniert das? Wie gesagt, es wird verbrannt. Dann klipsen wir das einfach wieder rein. Relativ einfach vom Handling. Zack, ich mache es jetzt hier gerade mit einer Hand. Und man tut die ganze Toilette wieder nach unten. Und fertig ist alles. Wir haben hier einen Kamin, der natürlich hochgeführt werden muss zum Dach, weil das sicherer ist, nicht sicherer ist, sondern einfach angenehmer ist, wenn es oben am Dach rauskommt. Da sind auch Katalysatoren und Filter drin, sodass die dementsprechend geruchsfrei oben rausdampfen. Also es wird hier kein großer Geruch stattfinden. Aber der kleine Nachteil, wir brauchen Gas. Ganz klar. Also hier brauchen wir ungefähr für, ja, ich sage jetzt einmal 50, 60 Toilettengänge 11 Kilo Gas. Die sind notwendig. Die braucht man, um dementsprechend die Vorgänge vonstatten zu gehen lassen. Und ich denke, dass das aber trotz alledem ein toller Wert ist. Wenn ich überlege, ich kann zwei Personen zwei Wochen auf die Toilette gehen, ich habe keine Arbeit damit. Und im Schnitt, mei, kann sich jeder ausrechnen, wie oft er auf seine Toilette im Wohnmobil geht. Aber wenn wir jetzt das mal hochrechnen, sind es dann im Sommer ungefähr für zwei, drei Wochen 11 Kilo Gas, wo man da verbraucht. Also ist natürlich aber auch eine, ich will jetzt nicht sagen teure Angelegenheit, aber eine etwas, ja, doch teurere Angelegenheit. Weil die Toilette kostet natürlich schon ein bisschen Geld. Aber ich bin natürlich hier rückstandslos, ohne Aufwand, ohne allem, komplett autark, in Anführungszeichen, für circa 14 bis drei, 14 Tage bis drei Wochen. Ich meine, Reda hat im Sommer in seine Haupturlaube Minimum eventuell zwei Gasflaschen dabei, in einem normalen Wohnmobil zumindest. Und bei zwei Gasflaschen kann man sich ja ausmalen, ist man ziemlich lang autark mit so einer Toilette. Aber jetzt gar nicht so viel auf die Cinderella eingehend, gibt es jetzt natürlich noch was dazwischen. Und zwar spricht da jeder von einer Trenntoilette. Trenntoilette heißt Trockentrenntoilette. Ich habe die hier mal hergestellt. Die möchte ich euch auch mal vorstellen. Und zwar haben wir hier ein besonders kleines Exemplar. Die ist jetzt auch schon spezifisch verkauft für einen Kunden. Und zwar für einen Kunden, der auch so ein Auto hat, ein Tournee. Da wird die nämlich nächste Woche platziert. Oder ich glaube, diese Woche, also kommende Woche. Wie funktioniert das? Erstmal, wie funktioniert eine Trenntoilette? Eine Trenntoilette hat natürlich die Eigenschaft, wie der Name schon verrät, sie trennt Urin und Feststoff. Hier vorne kommt der Urin rein, hier hinten der Feststoff. Wenn wir jetzt das Ganze von innen betrachten, wie das ausschaut, bitte nicht wundern, die ist natürlich noch verpackt. Macht mir hier den Deckel auf. Ich gehe jetzt mal rum, damit man das besser sehen kann. Dann haben wir hier vorne den Urinbehälter, der fasst 10 Liter. So, tun wir den mal raus. Hier steht es. Ich weiß nicht, ob man sehen kann. 10 Liter steht da drauf, ist eingeprägt. Die man natürlich, wenn man zu zweit ist, auf jeden Fall täglich ausleeren muss. Weil 10 Liter sind natürlich gleich voll. Dann haben wir hier den Feststoffbehälter. Ich tue das mal alles raus, damit ihr das besser sehen könnt. Upsa. Mit einer Hand immer wenig schwierig. Den Feststoffbehälter, wo hier auch ein Rührwerk drin ist. Was hat das für Bewandtnis, das Rührwerk? Das hat einfach die Bewandtnis, dass man hier, wenn das Rührwerk dementsprechend aktiv ist, diese Fasern hier mit unserem Kot vermengen, der natürlich dann sofort austrocknet und auch nicht riecht, sondern das riecht ein bisschen nach Kompost, kann man sich das vorstellen. Das riecht immer wie so ein bisschen Kompostvorgang, wo man dann hier hat und das trocken ist. Man darf aber allerdings hier kein Toilettenpapier reintun. Jetzt muss man sich vorstellen, eine Trockententorette hat jetzt einmal den Vorteil, dass es hier im Feststoffbereich für längere Zeit hält. Man muss den nicht jeden Tag ausleeren, nein. Also da ist man schon ziemlich autark auch, weil da kann man auch mehrere Toilettengänge machen, bevor man das Ganze ausleeren muss, bevor man das raustun muss. Also das ist überhaupt kein Problem. Der Nachteil, der Urinbehälter allerdings muss fast täglich geleert werden, weil Urin, wir wissen selber, wie viel das wir von uns geben. Wenn man hier mal zu zweit ist, geht da dreimal auf Toilette, viermal auf Toilette, dann wird es schon langsam haarig. Der nächste Punkt ist, was man nie vergessen darf, immer mal nachzugucken, wie voll ist denn der Urinbehälter. Weil im geschlossenen Zustand sehe ich das nicht. Also wenn ich jetzt hier reinschaue, habe ich keinerlei Anzeige oder sonst was, sondern ich muss es wirklich anschauen. Weil wenn er schon fast voll ist und der nächste setzt sich drauf und wir sind schon hier, dann gibt es eine Oberflächenspannung oder eine Überflutung. Und dann ist Reinigen angesagt. Also da muss man darauf achten, damit man den Behälter natürlich nicht überfüllt und dementsprechend auch immer leert. Hier in dem Fall, bei der Toilette, haben wir dafür hier einen Schlitz, wo man die Anzeige sieht oder beziehungsweise dann halt den Urinspiegel sieht. Also wenn er hier wäre, sollte man dann doch auslernen. Bloß nicht vergessen, drauf zu gucken, weil sonst wird es schwierig. So, was haben wir noch an der Toilette? Ein Besonderes ist eben dieses Rührwerk im Eimer. Das heißt, das ist im Eimer installiert. Wo man den Eimer, nehmen wir nochmal raus, dementsprechend hier mit der Kurbel seitlich andocken kann, um das dann auszuleeren. So schaut es dann von innen aus, ist jetzt von links oder von rechts bedienbar. Das äußere, sauberer Edelstahl. Und was wir dann auch noch haben, da haben wir dann hier noch einmal ein Loch. Für was ist das? Natürlich für die Entlüftung. Weil wir haben ja auch eine Entlüftung, wo verbaut wird, damit wir dementsprechend diese Luft, wo da entsteht, nach außen ziehen. Und ja, macht einfach Sinn, weil halt doch ein bisschen Gerüche entstehen. Und da ist es natürlich schon schöner, wenn wir die natürlich nach außen bringen. Hier haben wir die Kurbel, die ist hier noch verpackt, wo man dann eben aufstecken kann, um das Ganze zu vermengen. Das Ganze wird hier jetzt in unserem Fall in einem Tournee verbaut, weil die Herrschaften einfach Trendtoilettenliebhaber sind und auch eine gewisse Autarkie haben wollen. Weil natürlich der Urinbehälter als reiner Urin erst einmal leichter zu entleeren ist. Den kann man natürlich überall auf einer herkömmlichen Toilette oder auch Gulli oder wo auch immer dementsprechend loswerden und kann das leichter entleeren. Hingegen zu diesem Feststoff, da schaut es natürlich schon wieder ein bisschen anders aus. Da muss man gucken, wo man den losbringt. Rein theoretisch auch nur Natur. Muss man halt schauen, dass man den dann entweder auf einen Komposthaufen oder auf einer Mülltüte, Mülleimer, Abfalleimer, wie auch immer, entleert. Aber muss man halt gucken, das ist auch nicht immer ganz so einfach mit der Entsorgung, weil das auch nicht ganz so einfach geregelt ist. Aber klar, finden sich auf alle Fälle Mittel und Wege auch unterwegs. Wenn man es einmal ganz genau nehmen könnte, man es auch rein theoretisch überall, weil es ist nur vermengter Kot, der eigentlich auch wieder zum Dünger wird. Weil durch diese Holzfasern trocknet es aus und wird letztlich auch wieder nur zu Dünger und kann eigentlich auch wieder überall entsorgt werden. Riechen tut es natürlich nicht so penetrant, weil ja nur der Urin in Verbindung mit Kot den starken Geruch auslöst, wo es so unangenehm ist. So, tun wir das mal wieder runter. Und somit haben wir hier natürlich nicht so eine starke Geruchsbelästigung. So, dann macht man das Ganze wieder zu, wenn alles entleert ist. Und schon ganz wieder losgehen. Das sind die drei Toilettentypen letztlich für mich in Wohnmobilen, wobei ich gerade merke, dass sehr zunehmend die Frage nach diesen Trenntoiletten sind. Es gibt da viel Liebhaber für, was ich auch gut finde. Das mag jeder machen, wie er denkt und wie er möchte, wie es ihm beliebt. Man muss halt nur im Klartext sich mit ein paar Dingen abfinden. Toilettenpapier sollte man hier natürlich extra entsorgen. Genauso, wenn ich hier den Deckel öffne, sehe ich natürlich unverblümt, was hier so drin ist. Also, auch das muss man mögen, dass ich auch das Ganze von meinem Vorgänger eventuell sehe. Wobei es hier nicht so schlimm ist, weil man das natürlich dementsprechend immer wieder vermengt. So ist das nicht so dramatisch. Jo, wie bauen wir das Ganze ein? Die Toilette ist extra klein gehalten. Die ist für ein Van natürlich auch gedacht. Und wie wir das hier umsetzen, jetzt hier im Tournee, das wird auch ein Pilotprojekt, weil natürlich hier die Duschwanne bis hierher hoch geht. Also wir müssen jetzt hier unten drunter dann einen kleinen Sockel bauen, damit der sauber steht und sauber befestigt wird. Und da drauf wird dann die Trenntoilette befestigt. Jo, das wollte ich jetzt euch nur mal mitgeben bzw. sagen, informieren über diese drei Toiletten-Typen. Ich persönlich mag sehr gern die Verbrennungstoilette leiden, weil die für mich natürlich noch eine ganze Ecke komfortabler ist. Aber ja, man muss es sich leisten wollen und man muss es sich auch vom Gasverbrauch natürlich überlegen, sprich Gewicht und so weiter, spielt eine Riesenrolle. Doch es ist durchaus ein Riesenschritt in die Autarkie. Und auch diese Trenntoilette ist ein Riesenschritt oder ist ein Schritt in die Autarkie. Auch hier haben wir immer mehr Liebhaber dafür, für diese Trenntoiletten in allen Formen. Haben auch natürlich absolute Daseinsberechtigung. Ich finde aktuell die beiden Möglichkeiten sehr gut. Ich finde auch persönlich diese Kassettentoiletten, ja, wie soll ich das jetzt ausdrücken? Ich finde sie nicht mehr zeitgemäß, das ist jetzt falsch. Aber mit Solbio nutzend finde ich es auch wieder gut. Bloß, was ich halt wirklich absolut nicht mehr zeitgemäß finde, ist die Chemie, wo man da teilweise reinkippt. Also dieses Aquachem, das ist nur ein Teil der Chemie, finde ich wirklich nicht mehr zeitgemäß, weil unsere Umwelt ist genug belastet. Und ich kann jedem nur ans Herz legen, wenn jemand Kassettentoilette betreibt, dieses Solbio funktioniert wirklich tadellos. Wir probieren es selber, oder wir nutzen es selber seit langer Zeit. Und es gibt ganz viele, auch auf YouTube, wie der Camper Tobi, der das sehr intensiv nutzt und schon sehr lange nutzt in seinen Wohnmobilen. Und er lebt im Wohnmobil, hat nie Probleme damit und ist auch mega begeistert. Und wenn man ein paar Kleinigkeiten am Anfang beherzigt, dann ist es wirklich eine klitzekleinigkeit. Wir hatten auch schon mal ein Video gemacht, wie man es richtig nutzt. Und dann funktioniert es auch tadellos. So, jetzt ist es doch länger geworden wie gedacht. Ich wollte euch nur mal diese Toilettenformen vorstellen, unter anderem auch die Trenntoilette. Und somit wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Abend. Lasst es euch gut gehen, bleibt gesund. Und ich bedanke mich für jedes Like und für jeden neuen Abonnenten. Genau, und meinen kleinen Rundflug durch unseren Shop. Und nächste Woche geben wir wieder Vollgas in unserer Werkstatt. Bis dahin, alles Gute, bis bald, eure Mikas. Bye, bye, ciao. Ciao. Vielen Dank.